Hallo ihr Lieben! Wir, der Eternal Senshi Chorus, sucht Unterstützung. Wir sind ein junges YouTube-Studio, das sich voll und ganz dem Thema Sailor Moon gewidmet hat. Und für unser aktuelles Projekt suchen wir deine Unterstützung. Geplant ist der Song Sailor War Supreme aus dem Sailor Stars Musical und wir suchen noch ein paar Senshis für unser Team. Gesucht werden Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Starfighter, Sailor Star Maker und Sailor Star Healer. Falls eine von euch Lust hat an diesem Projekt mitzuwirken, dann meldet euch bei uns. Da YouTube leider die Videoantworten abgeschafft hat, müssen wir auf eine kleine Alternative zurückgreifen. Ihr schickt uns einfach bei YouTube eine private Nachricht mit einem Cover von euch. Aber bitte beachtet, dieses Cover sollte nicht älter als drei Monate sein, damit wir uns ein Bild von eurer Stimme machen können. Und bitte schreibt den Namen der Senshi, für die ihr euch bewerben möchtet, in die Nachricht. Wir werden uns dann baldmöglichst bei euch melden. Die Teilnahme an diesem Projekt ist nicht bindend an das Studio. Sprich, wenn ihr bei dem Song mitmacht, müsst ihr nicht weiterhin festes Mitglied bei uns sein. Ihr seid dann sogenannte Gastsänger bei uns. Falls ihr aber Gefallen daran gefunden habt, könnt ihr natürlich auf Wunsch auch ein festes Mitglied werden. Wir würden uns freuen. Die Bedingungen für die Teilnahme, ihr solltet ein rauschfreies Mikro haben, ihr solltet zuverlässig sein, sprich Deadlines einhalten und natürlich Spaß am Projekt selber. So, das war's eigentlich auch schon und nun freuen wir uns auf ganz viele Einsendungen von euch. Bis dahin, eure Sayuri vom Eternal Senshi Chorus. Die Bedingungen für die Teilnahme, ihr solltet zu werden.